Ah, aha, yeah, uh, yeah, yo, Homies, MC-Dosen-Punt im Haus, mehr Fett, mehr Laune, mehr Gut. Gib mir dein Lehrgut, denn das hilft sehr gut, wenn man sich schwer tut. Bei Finanzschwermut, ein Trappermut, sei bloß auf der Hut und mach kein Quatsch hier, trink nicht too much Bier, denn darauf beruhmt das Seelenlehrgut. Prost! Moin Moin, liebe Freunde, keine Angst, wir sind nicht unter die Rapper gegangen. Bei Ohrenfeind gibt's weiterhin soliden Vollgas Rock'n'Roll mit der Keule auf die Ommel, das muss drücken im Gesicht. Überzeugt euch selbst und besucht uns auf der laufenden Zwei-Fäuste-für-Rock'n'Roll-Tour. Termine gibt's im Abspann. Bis später, Rock'n'Roll! Zwei Fäuste für Rock'n'Roll! 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 Rock'n'Roll!